Michaelbrücke Die Michaelbrücke verbindet über die Spree führend die Ortsteile Luisenstadt und Friedrichshain. Die Länge der Michaelbrücke beträgt 70 Meter. Der Baubeginn war 1876, neu errichtet wurde sie im Jahre 1995, da bis dahin die immensen Schäden aus dem Zweiten Weltkrieg nur behelfsmäßig repariert wurden. Neben der Brücke befindet sich südlich am Ufer das Heizkraftwerk Mitte und nördlich das dreiteilige Triasgebäude. Der Baubeginn war 1876, neu errichtet wurde sie in der Brücke. Der Baubeginn war 1876, neu errichtet wurde sie in der Brücke. Der Baubeginn war 1876, neu errichtet wurde sie in der Brücke. Der Baubeginn war 1898, neu errichtet wurde sie in der Brücke. Der Baubeginn war 1876, neu errichtet wurde sie in der Brücke.